Ja ihr Lieben, es geht weiter mit dem Content zu Jurassic World Rebirth. Wir sind noch lange nicht fertig mit den Spekulationen, mit den Ideen, mit den Gerüchten, die da draußen in den Weiten des Internets herumkursieren. Und die werden wir auf jeden Fall noch bearbeiten, so lange bis wir dann den ersten Trailer erhalten, der ja angeblich noch im November 2024 erscheinen soll. In diesem Gerücht, das wir jetzt hier in dem Video besprechen werden, geht es nämlich einfach einmal um folgende Aussage, die auch wirklich nachvollziehbar ist. Nämlich die Velociraptoren aus Jurassic Park 3, die kehren zurück in Jurassic World Rebirth. Warum das laut dieser Theorie so ist und warum ich der Meinung bin, das ergibt total Sinn, das besprechen wir jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne legen wir los, viel Spaß! Jurassic World Rebirth startet im Juli 2025 in den deutschen Kinos und bisher haben wir eigentlich schon einiges erfahren. Wir kennen das neue Jurassic World Logo, das hier relativ kontrovers aufgenommen wurde. Ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr cool. Des Weiteren haben wir auch eine erste Plot-Synopsis gedroppt bekommen, wo wir ein bisschen mehr über die Geschichte erfahren. Auffälligerweise wird in dieser Plot-Synopsis jedoch kein einziger Dinosaurier jemals mit Namen genannt. Das heißt, wir haben hier die Geschichte von Zora Burnett und der Figur, die von Donelson Bailey gespielt wird. Die beiden müssen auf eine Insel reisen, um dort von den zwei gigantischsten Kreaturen auf dieser Insel DNS abzuzapfen. Hierbei ist weder die Rede, warum man genau die drei größten Dinosaurier braucht, noch was das für drei Dinosaurier sein sollen. Die erste Frage von den beiden, die werde ich in einem separaten Video nochmal behandeln. Glaubt mir, auch das ergibt im Endeffekt tatsächlich Sinn, wenn man das auf unsere Realität, auf unsere aktuelle Wissenschaft bezieht. Und wenn wir gerade beim Thema Dinosaurier sind, wir haben generell noch keinen einzigen gesehen. Wir haben einen toten Parasaurolophus bisher mitbekommen. Ja, der wird auf jeden Fall auftauchen. Wir haben Kisten gesehen, in welchen Skelette vom Tyrannosaurus Rex, vom Galimimus, vom Baryonyx und vom Velociraptor an ein Set gebracht wurden in England, wo ein Museum scheinbar nachgestellt wird. Bisher haben wir aber noch keine Anzeichen bekommen, was für Dinosaurier jetzt wirklich im Film auftauchen. Was einfach daran liegen kann, dass der Film sich möglicherweise zu 100% auf CGI-Dinosaurier verlässt. Das muss nichts Schlechtes bedeuten, denn vergessen wir nicht, dass auch das CGI in Jurassic World, also in den drei Filmen davor, wirklich gut gewesen ist. Trotz allem gibt es so ein paar Kandidaten, wo wir uns, glaube ich, alle sicher sind. Ja, die werden auf jeden Fall auftauchen. Tyrannosaurus Rex, kommen wir nicht dran vorbei, der ziert das Logo. Auch jetzt hier bei Jurassic World Rebirth, der wird mit dabei sein. Ebenfalls auch der Velociraptor, der ist, finde ich zumindest, noch wichtiger für die gesamte Jurassic-Reihe als der T-Rex selber, denn es gab keinen Film, der ohne Velociraptor ausgekommen ist. Ich meine, okay, im Großen und Ganzen gab es auch noch keinen Film ohne T-Rex, aber in Jurassic Park 3, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und Jurassic Park 3 ist sogar das perfekte Stichwort, denn eine Theorie im Internet geht nämlich davon aus, nein, behauptet einfach ganz steif, das sind die Velociraptoren, die wir im kommenden Jurassic World Rebirth Film jetzt wiedersehen werden. Und ich weiß, was ihr euch jetzt denkt, ja, Tobi, aber du hast doch gesagt, dass da draußen auch Gerüchte waren oder Leaks aufgekommen sind, die gesagt haben, dass die Velociraptoren oder generell Dinosaurier aus Jurassic World Rebirth, dass die anders aussehen werden, akkurater, mehr Federn haben werden. Und ja, hierzu sei gesagt, diese Leaks gab es wirklich. Vergesst im Hinterkopf aber nicht, das Ganze ist noch nicht bestätigt, bis wir irgendetwas Offizielles auch gesehen haben. Und nichtsdestotrotz würde sogar der mögliche Fakt, wenn es denn soweit kommen sollte, dass die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 in Jurassic World Rebirth auftauchen, genau diesen Leak, dass wir akkuratere Dinosaurier bekommen, keinesfalls im Weg stehen. Ganz im Gegenteil. Lasst mich euch diese Idee, dieses Gerücht mal ganz kurz erklären. Und ich glaube, dass ihr, ähnlich wie ich, am Ende dieses Videos sagen werdet, okay, macht irgendwo Sinn. Dann überlegen wir uns mal, was denn bisher passiert ist. Wir haben, klar, in Jurassic Park 1 das allererste Mal Velociraptoren gesehen, mit dem altbekannten, dem berühmt-berüchtigten Riesenbiest. Dann haben wir in Jurassic Park 2 das allererste Mal ein richtiges Raptorenrudel gesehen, in einer großen Masse, die im hohen Gras gejagt haben. In Jurassic Park 3 wurden uns dann plötzlich neue Velociraptoren vorgestellt, die ein komplett neues Design hatten, die rötlicher waren, zumindest die männlichen Varianten und die weiblichen hatten eben diese weiße Haut. Als wir dann den ersten Jurassic World Film gesehen haben, da wurde uns dann eine ganz neue Art und Weise rübergebracht, wie mit Raptoren umgegangen werden kann, nämlich eine Beziehung zwischen Mensch und Velociraptor, eine Beziehung zwischen Owen und Blue. Blue ist hier so ein bisschen das, nennen wir es einfach mal das Ankerwesen der Jurassic World Trilogie gewesen, da Blue tatsächlich etwas sehr Besonderes war. Warum war Blue etwas Besonderes? Naja, das erfahren wir in Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Denn hier sagt Eli Mills ganz klar wortwörtlich, Blue ist die letzte ihrer Art. Blue ist der letzte Velociraptor, deswegen brauchen sie Blue. Plus eben noch, dass Blue eine genetische Modifikation erhalten hat, welche dafür sorgt, dass sie eben so gut auf den Menschen abrichtbar ist. Was logischerweise relativ hilfreich gewesen wäre, bei so einem aggressiven Tier wie dem Indoraptor. Deswegen wollte man eben auch Blues DNS im Indoraptor einpflanzen. Jetzt spulen wir nochmal ganz kurz zurück. Der Satz ist ja wirklich gefallen. Blue ist die letzte ihrer Art. Und da habe ich auch mit euch schon drüber diskutiert, was kann das jetzt bedeuten? Beziehungsweise ist das überhaupt richtig? Und hier können wir eine ganz klare Antwort geben. Nö, das ist offiziell falsch. Denn wir haben ebenfalls nach Jurassic World Fallen Kingdom den sogenannten Dino Tracker bekommen. Der Dino Tracker ist eine Art von Google Earth in einer Jurassic World Variante. Hier können wir uns den gesamten Globus anschauen und konnten vor Kinostart von Jurassic World Dominion eben gucken, welcher Dinosaurier wo auf der Erde aufgetaucht ist. Was eine ziemlich coole Idee war. Allerdings hat der Dino Tracker dann für etwas Verwirrung gesorgt. Denn, wie gesagt, der Dino Tracker ist offiziell Kanon zur Jurassic Lore. Die Ereignisse, die wir auf dem Dino Tracker sehen, spielen alle in der Timeline nach Jurassic World 2. Komischerweise konnten wir eines Tages dann diese Szene hier betrachten, auf welcher wir sehen, dass die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 scheinbar von der Isla Sorna aufs Festland gekommen sind. Das kann man jetzt als Logikfehler ansehen. Man kann auch einfach sagen, ja gut, Eli Mills wusste das ja nicht. Das kann man uns jetzt zurechtlegen, wie man möchte. Auf jeden Fall haben wir die offizielle Bestätigung, egal was mit Blue passiert ist oder mit Beta oder wem auch immer, die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 sind weiterhin am Leben. Wenn wir uns nämlich einfach mal die Jurassic Timeline vor Augen führen, die ja permanent wieder geändert werden kann, dann sehen wir aber zum aktuellen Zeitraum, zum 16.09.2024, dass die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 als Alive gekennzeichnet sind. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie viele oder ähnliches, aber das spielt auch relativ wenig eine Rolle. Kommen wir jetzt zur Theorie. Die Plot-Synopsis von Jurassic World Rebirth erzählt uns nämlich, dass die Dinosaurier Schwierigkeiten dabei haben, mit unserem Ökosystem klar zu kommen. Deswegen sterben sie nach und nach aus. Die Menschheit hat sich also jetzt dazu entschieden, die noch überlebenden Dinosaurier zu nehmen und sie in sogenannte Biotope zu packen. Also einfach Lebensräume, die für die Saurier perfekt sind. Sehr wahrscheinlich eher tropische Lebensräume oder inselgegebene Lebensräume. Und nein, Biotope müssen nicht künstlich erschaffen sein, können es aber tatsächlich. In diesem Fall jedoch geht die Theorie davon aus, dass ebenfalls die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 zurück in sogenannte Biotope gebracht wurden. Das könnte ein Isla Sorna sein, das könnte aber auch eine andere Insel sein. Laut Gerüchten soll ja Jurassic World Rebirth auf keiner der uns bekannten Inseln spielen, aber sollte es doch der Fall sein, dass wir die Isla Sorna wiedersehen. Denn die Theorie besagt auf jeden Fall, dass die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 die letzten überlebenden Velociraptoren sind, die jetzt vom Festland aus wieder auf die Insel gebracht wurden. Und das natürlich auf dieselbe Insel, auf welcher sich auch dann das Abenteuer von Jurassic World Rebirth abspielt. Hier sollen die Saurier sich nun nach und nach weiterentwickelt haben, um sich der Umgebung noch besser anzupassen. Denn die Dinosaurier, die wir ja hier gesehen haben, in Jurassic World Dominion zum Beispiel auch, das waren ja zum Teil hundertprozentige Dinosaurier, die mit unserem Ökosystem, mit unserer Atmosphäre überhaupt nicht hätten klarkommen dürfen. Das soll also der Grund sein, warum die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 jetzt ein Federkleid im neuen Film tragen sollen. Man könnte jetzt natürlich auch einfach dahergehen und sagen, nee, ist halt echt eine komplett neue Insel und da gibt es einfach auch neue Velociraptoren. Dass das nicht passiert, würde ich nicht ausschließen. Das könnte im Endeffekt auch sein und ich würde es nicht bahnbrechend schlimm finden. Aber ich bin der Meinung, wenn man sich da jetzt ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat, auch als Filmproduzent oder auch als Drehbuchschreiber, würde das doch eigentlich einen perfekten Übergang bringen. Wir müssten jetzt keinen Bezug mehr zu den alten Jurassic Park Filmen irgendwie rüberleiten. Denn das wollen sie ja scheinbar mit Jurassic World Rebirth nicht. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Film trotz allem nach Jurassic World Dominion im selben Universum spielt. Das heißt, wenn man hier und da trotz allem noch kleine Verweise auf die anderen Filme findet, ohne sie groß anzusprechen, würde das immer noch funktionieren. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Meinst du, ja, das macht Sinn, theoretisch? Müssten es die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 sein oder halt eben ganz neue? Was würdest du cooler finden? Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.